Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Hearts, wo wir jetzt ein bisschen rumschauen und schauen, ob wir irgendetwas hier noch finden. Wir müssen ja weiter gehen, denn Rico haben wir in der letzten... Ah, hi Komischen. Brauche ich zwar nicht, aber gut. In der letzten Folge haben wir Ricos so regelrecht den Arsch versuchelt. Der wusste nicht mehr, wie eben geschieht in der Bibliothek. Und hopp! Und hopp! Okay, wir haben die Wahl zwischen Bibliothek und dem Teil hier. Ah! Okay. Gut. Untersuchen. Vier Aushüllungen sind zu sehen. Ah, ich nehme an, wo das Herz ist. Gut. Dann macht es uns den Weg noch einfacher. Ähm... Aha! Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die A-Reihe. Ah, hier ist die A-Reihe. Ein Buch fehlt, oder? Ja, ein Buch fehlt. Aha! Karma Band 8. Dann kommt es hier hin. Untersuchen. Hier ist die K-Reihe. Karma Band 8. Okay. Hm? Haben mich immer gefragt, warum nimmt man sich solche Regale... Also, er versteht schon, warum aber... ...und nochmal drehen. Äh... Öffnen. Relaxieren. Oh! Ich sehe meinen entzündeten Augen da oben. Ah, hier war Kairi und ihre Großmutter... ...haben wir es gesehen. Also, sie gesehen. Wir sind also in Kairis Welt. Ah... Okay. San Opos Band. Irgendetwas. Okay. Und... Wow! Gut. San Opos. Irgendwann werden wir es schon finden. Okay, und jetzt hier drehen. Ah... Und nochmal drehen, bitte. Moment. Jetzt. Jetzt. Jetzt soll das kommen. Tada. Sehr gut. Mit Kiel. Soll den wirklich irgendwann mal wieder zu... Oh, ha, ha. Hier können wir Triothek machen, aber nicht mit East. Das finde ich eigentlich sehr schade. Ups. Nehmen. ... Billys Tod Band 6. Untersuchen. Na. Ein Schalter. Die Tür wurde entriegelt Aber wir sind noch nicht fertig Bei weitem nicht Aha, nochmal Okay, das war sehr leicht Megapotion Früher nannte ich die immer Nein, Potion Habe ich sie immer Potion genannt? Oder Potion Potion, glaube ich Also ich noch keine Ahnung hatte Okay, ich habe immer noch keine Ahnung Wie man Englisch Mein Englisch ist scheiße Sagen wir es so Aber ich weiß mittlerweile Das ist Item heißen und nicht Item Und das ist Potion heißen und nicht Portion Das warten noch Zeiten Einfach so lange drehen Bis es kommt Ah, na endlich Ah, na endlich Und drehen Und drehen Okay, gut Da war nichts mehr Ein kurzer Moment Das sah jetzt vorhin so aus Als gäbe es mehr als nur Dann gehen wir hier rein Dann gehen wir hier rein Speichern Ja, speichern wir einmal Bibliothek Bibliothek und vorhin Oh, nein, 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 nein Coupé Das Biss Gegen Ufi austauschen Bestätigen Auch wenn ich Gerne Das Biss Oh Das ist gut Okay Okay, gut Ah, da gibt es Triotec Gut, ich kann nicht Da einfach raufspringen Ne, das ist unmöglich Aber, okay Hier Wirst du Ein Buch fehlt Die Reihe Ah Nehmen Troll Band 8 Untersuchen Ah Und hier So Gibt es sonst noch Ein paar Bücher, die wir Ein bisschen Umsortieren Müssen Okay, ne Das kennen wir Das muss Das vorhin gewesen sein Und hier hatten wir Etwas mit Ah Sehr gut Okay, es fehlt Einfach noch Ein grünes Oder hat sich hier Hinten Etwas Geändert Trüde Das hier vorne War die D-Reihe Oder doch Nicht Doch, doch, doch Aber Ne, das ist die I-Reihe Wo ist denn die D-Reihe Oh, mehr ist das drin Vielleicht oben Vielleicht oben Ah, ja Ja Nehmen Elis Tod Band 3 Okay Das Bug mit G fällt Hier So Und jetzt Trend Irgendetwas Stimmt nicht Nehmen Ja Erkenne was nicht Stimmt Nehmen Gut Und jetzt Hier Untersuchen Okay Und jetzt Das andere Oh Hier Gut Und hier Kommt das letzte Und violette Buch Weiss Magie Band 4 Ist das optional Oder ist das etwas Das wir Machen Müssten Um weiter zu kommen Das Weiß ich Nicht Liftschacht Hm Okay Dann gehen wir Zuerst mal Hier Wandelhalle Okay Der sieht Mir aus Wie die Tüten Die wir Unten Ab und zu Vermöbeln Müssten Jotek Und weg Mit dir Ah Gut Das erste Teil Haben wir Gut Was haben wir Hier Der Blitz Ist Eingraviert Ja 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 So Einfach Ganz Gehen Bibliothek Ja Ich komme Von da Und Es scheint Müssen Wir Oh Ah Geht rauf Und runter Okay Problemsplitter Erhalten Gut Hopp Hopp Hola Gut Dann gehen wir Moment Haben wir Die Nicht Kaputt Gemacht Gut Dann setzen Wir es mal Hier ein Untersuchen Okay Das hat Sonst Nachts Bewirkt Warte Vielleicht Passiert Jetzt Etwas So Und Gut Da das Feuer Ist Wie Wieder Zurück Gehen Die Gibt Ah Ah ja Gut ein bisschen Aha, aha Das kann man untersuchen Platz, das der Eimung gebührt Okay, hier geht es nachtelang Aber wie Aha Gut Okay, und nächster bitte Okay, das hätten wir Und jetzt noch die letzten Ah Und das obere Teil des Herzens Und hier steht Die Trümmerung steht an meiner Seite Ich habe doch vorhin versucht das hier kaputt zu machen Und hopp Emblemsplitter Emblemsplitter Und Da war es hier Vielleicht ist da auch der Emblemsplitter Ja Also müssen wir doch noch durch diesen Aufzugsschacht Den Jungs in der Bibliothek In diesem Fall müssen die unbedingt da Genau Sie ist anders gezeigt als vorhin Und hoppala Und rauf mit dir Zuerst mal Müssten aufladen Und schnell speichern Nein Ja Mit uns Kein mit dir Herzensschacht Oh Oh Okay Das ist Ah Ah Der kommt jetzt raus Ähm Wo gehen wir hin Okay Hier können wir nicht weiter Hier auch nicht Was ist dieser Ort Aha Okay Keine Ahnung Gibt es jetzt wieder zurück Oder zu einem anderen Ort Um wenigen Sekunden werden wir das erfahren Also zurück Und dass man das noch drüber springen kann Also das Spannendste ist es auf jeden Fall Nacht Dann zurück In die Bibliothek Und ins Herz der Garten Ich würde sagen Ins Herz des Schlosses Nun Können wir jetzt irgendetwas mit denen hier machen Nein Gut Die letzten Teile Oho Oho Warum Es gehörte mir Eins musst du wissen Dem starken und reinen Herzen Soll das Schlüsselschwert gehören Was Mein Herz soll schwächer sein als seins In dem Augenblick war es das Wie dem auch sei Du könntest stärker werden Du hast die Tür zur Dunkelheit Furchtlos passiert Und bist nicht vor ihr zurückgeschreckt Tauche tiefer in die Dunkelheit ein Und dein Herz wird noch stärker Was soll ich tun? Es ist ganz einfach Öffne dich der Dunkelheit Das ist alles Lass dein Herz Eins werden Mit der Dunkelheit Wer ist der Typ In der Kutte? Ah Ei Und Tapp Scheiß Verteidigung Moment mal Magie Okay Das sind jetzt aber andere Magier Herzlöse Und Tapp Wow Skufi Skufi hat maximale HP Ah Okay Oh Hey Au Grosse Ager Ja Die geben aber erstaunlicherweise sehr viele Punkte Lichter durch Lichter durch Lichtschacht Ja 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 Gehen wir mal da durch Und wieder das gleiche wie vorhin Nur Ein bisschen anders Au Warum Jetzt mach ich mehr Schaden als vorhin mit den Nutzern Stoffern Ja gut Aber für was? Ein Gagsportal? Aber für was wir uns hier entscheiden Erfahren wir erst in der nächsten Folge Also Leute Bis zum Moment mal ist das Das gleiche wie vor Nur Also Wollte sagen wir Sehen uns in der nächsten Folge Also Ciao Leute Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.